Herzlich Willkommen Leute, ich melde mich im desolaten Zustand. Der Stammtisch muss leider schweren Herzens abgesagt werden, die ganze Familie liegt grippal oder was auch immer rum. Und auch ich, der ja zur Not euch begeistern könnte im Stammtisch, kommt von der Couch nicht mehr hoch. Wir werden das logischerweise nicht ausfallen lassen, sondern nachholen. Am 2. Dezember 21.30 Uhr, das ist nächste Woche Samstag dann, dass es nicht so weit ist. Holen wir das Ganze nach. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig und verzeiht mir diesen Fauxpas. Aber das ist nicht drin. Sonst sitzen wir heute Abend und schniefen euch die Ohren voll und sitzen da wie ein Trauerkloß. Ich glaube, da hat doch keiner Bock drauf. Von daher, ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht so einen Scheiß abbekommt. Bis dann, macht's gut. Ciao.